Okay, Leute, es geht weiter. Ähm... Okay, es läuft alles flüssig. Ich wollte nur kurz sehen. Wo Axel steckt? Keine Ahnung. Okay. Und du, Sigmar? Warte so, Kleiner. Dankeschön. Warte, hab ich eigentlich in den letzten Part mit allen geredet? Hab ich eigentlich die Berichte gelesen? Ja, hab ich. Ach, das war dann der Part mit dem Urlaub. Das hänge ich auch mal merkwürdig, dass wir Urlaub nehmen. Obwohl sie niemanden sind. Okay, ich hab hier einen Rang bekommen. Ah, ja, das hab ich schon alles gemacht. Brich auf, sobald du bereit bist. Ach ja, da sind die ganzen Missionen jetzt. Die Morgenstern. Ich besiege die Deserteure. Sammle Herzen. Ermittlung des Schloss. Ja, das mach ich zuletzt. Ähm, ich mach diese Deserteure. Sind seltsam Herzenssorge. Deserteure. Ja, ja. Wieder, Rezept geht klar. Sehen uns mal diese Deserteure an. Ich weiß auch, wo die sind. Aber erstmal die Truhe dann holen. Es gibt drei insgesamt. Wieso sagen hier schon Kampfmusik an? Heißt das, dass diese gleich Gegner kommen? Okay, es sind drei Truhen da. Einer von denen ist am Monster drin. Okay, das ist das Richtige. Ist das da Falsche? Pff. Hast Pech gehabt. Das ist volles heftiges Schlüsselschwert. Es hört einfach nicht auf anzugreifen. Okay, gut, gut, gut. Wir haben ja alles zugeholt. Jetzt noch die Deserteure besiegen. Sehen uns mal, ob das jetzt langsam geht. Okay, wo ist das andere Abzeichen? Das ist auch irgendwo bestimmt. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Auf den Tribünen ist das. Auf den Tribünen. Da ist es ja. Ich wusste es doch. Aber wie ich da hochkommen soll, weiß ich nicht. Soll ich das einfach versuchen? Ich versuch's einfach mal. Nein, nix anvisieren. Okay, jetzt einfach. Verdammt, ich muss dafür fliegen können. Was macht der Klappersoldat bei denen? Okay, das ist gut, dass er es angreift, aber... Ich verstehe aber trotzdem nicht, was der Klappersoldat hat. Bist du ein Bruder von denen, oder was? Familientreppen, würde ich mal sagen. Okay, jetzt greifen die an. Bastarde. Verdammt. Limitbrecher. Komm. Ach, nicht die Klappersoldaten. Habe ich gerade Leben zurückbekommen? Also, es lag ja daran, dass ich ja dieses Autoschutzding da habe. Gut, gut, gut. Okay, Windsplitter. Kann ich die damit treffen? Ich versuch's einfach mal. Hast du da klappen können? Ach, komm. Komm, eigentlich unendlich viele Klappersoldaten jetzt, oder wie jetzt? Was willst du eigentlich, du verdammtes Arschloch? Einfach Feuer. Einfach Feuer. Und einfach Feuer. Die nerven sowieso am meisten. Wo ist noch... Ach, da bist du noch. Verdammt. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt greifen die mich alle gleich an. Wieso bist du eigentlich noch am Leben? Wieso greifst du die Kiste an, du... Ey, Rot, das mag mal so ein Vollidiot. Okay. Ich muss mich heilen. Und nochmal. Okay. Okay, es kommen keine Klappersoldaten mehr. Okay, da sind noch wenige davon denen. Ich weiß nicht, was du an der Kiste hast, aber... Fick dich einfach, Boxers. Fick dich manchmal. Echt, jetzt. Einfach anvisieren. Ich visier den einfach mal an. Verdammt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Egal, komm, Eis. Verfolgst du ihn? Ach, der ist zu schnell, oder was? Okay, jetzt greifen die mich wieder an. Ekligen. Anvisieren. Oh. Komm, den triffst du. Okay. Jetzt kommen die nächsten Angriffe. Ist das der letzte? Ja, das war der letzte. Ach, okay. Ich glaube, es ist alles sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Ich habe hier nie gewinnt, bitte. Okay. Ich werde mir eigentlich diese Abzeichner holen. Aber ich schaffe es momentan nicht, weil ich ja nicht fliegen kann momentan. Ja, Leute. Man kann auch hier fliegen. Okay. Wartet mal. Okay, ich habe noch was getestet. Und naja, es geht einfach mal weiter. Mit der Story zurück zum Schloss. Ja. Sehen wir mal uns an, wie das heute sollte laufen wird. Ich habe einen Muskelkater und ich leide gerade richtig. Ey, so wenig hat mir gefehlt. Schild der Gang mit 30. Und dann hat er die Widerstandskraft verleiht. Okay. Tag 120. Ich komme eigentlich voll gut voran. Wir sind jetzt gerade beim Part 24. Ich sage denen was Neues. Ach, okay. Tafeln. Wieso rüchte ich das nicht aus, wenn ich das habe? Ähm, Rucksack, Rucksack, Rucksack. Hm. Kann ich das noch? Ja, okay. Dann geht nicht mehr. Trippelspruch. Könnte ich das eigentlich hinbekommen? Ja, schon. Wenn ich das hier mache und das auch hier hin, dann kriege ich den Trippelspruch. So, geht doch. Wenn man Tätis kann, dann kann man auch dieses Spiel. K. Oh, okay. Ähm, Aero. Okay. Okay. Ich muss mir irgendwie noch die anderen Schlüsselschwerte holen. Aber das ist mir nicht. Das ist mir ein bisschen ein bisschen spielt dann ja noch. Aber okay. 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 Besiegenen Morgenstern. Ja, René hat also dieser Morgenstern aufgetroffen und besiegenen Siegbar. Morgenstern sind wir während ihres Drehangriss unverwundert. Du kannst sie allerdings durchblocken oder eine bestimmte Art von Magie anhalten. Und dich auch für Schwungmetzlern in... Ach ja. Ähm. Warte, ich kann blocken gerade, oder? Ich hoffe, ich habe das immer ge... Weil ich das nicht ausgerüstet habe, habe ich die Arschkarte. Wir sind wie Morgenstern. Geht klar. Wieso seid ihr eigentlich noch da? Das ist gerade Aero gemacht, Siegbar. Komponente A. Okay. Ich weiß ja nicht, wie wir von denen da ist, aber... Die werde ich jetzt alle mal killen. Okay, abhauen. Filimentbrecher machen. Wo ist der andere? Da bist du. Komm. Es kommt nicht mehr, oder? Okay, es kommt nicht mehr. Es gibt drei Schatztruhen. Und ich bin fast beim Abkratzen. Das läuft nicht gut, Leute. Das läuft nicht... Nicht sehr, sehr gut. Und das da unten, was ihr da seht, ist der Morgenstern. Ein ekliges, 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 ekliges Monster. Wieso ist es da nicht ganz da unten? Egal, ist nicht so schlimm. Eugenische Munkmutzler müssen wir nicht kämpfen. Aber ich mache es nur... ...der Vollständigkeit habe. Weil ich kann blocken, oder? Ja, ich kann blocken. Momentan greift er uns nicht an. Das ist auch nicht so schlimm. Ich öffne erst mal die Truhen. Okay. Der hat mich fast getroffen. Wie hast du mich da... Musik war eigentlich. Okay, mein Autoschutz ist schon weg. Das ist nicht gut. Okay, er macht sein, äh... Spezialmanöver-Ding da. Achso, da gab es drei Stück. Okay. Wieso? Ich drücke... Die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Das merke ich gerade so gerade. Das merke ich gerade so gerade. Ist klar. Ich und meine Grammatik. Okay, ich treffe die mal mit den Pisten. Okay. Okay. Der hat gerade so eine komische Spur unterlassen. Komm, den triffst du jetzt. Okay, das haben wir dann erledigt. Warte, noch einer. Zwei von denen auch noch. Ich will meine Ruhe haben, bevor ich gegen den da kämpfe. Ich brauche meine Ruhe. Das kommt auch gerade so langsam vor. Das merke ich gerade so. Aber es liegt eher daran, dass es so viele Gegner sind. Ey, kommen da jetzt unendlich viele oder... Ist auch irgendwann Schluss mit denen. Es soll auch langsam mal Schluss sein. Hallo? Du ekliges, verficktes Dile. Okay, ich glaube, es kommen immer mehr. Es kann nicht sein, dass der ganze Zeit nur... Es kann nicht sein, dass der ganze Zeit jetzt nur... Ey, das ist ein Bug oder... Das kann nicht sein, dass sie jetzt so eingestellt haben, dass jetzt ganze Zeit nur Gegner kommen. Okay, sehen wir mal's da an. Ja, brennt ein bisschen. Das macht auch nicht so viel Schaden, habe ich gerade so gemerkt. Wieso hast du was gegen Kisten, Mann? Ich kann es verstehen, weil ich nicht was gegen Kisten habe. Ich verstehe nicht, aber wenn du irgendwas gegen Kisten hast... Du arbeitest ja nicht gegen... Bei GLS. Besten Firma aller Zeiten. Ey, da hat was gegen Kisten oder so. Und ich verbringe ja zu viel Zeit, das merke ich gerade so. Was hast du gegen Kisten, verdammte... Der zieht mit Absicht gegen Kisten. Wie, ist noch einer aufgetaucht? Wo? Seh, da kannst du mich hingeheilen. Ey, da zieht du mit Absicht auf ihn. Ja, dankeschön. Ah, da bist du, du ewige... Oh, scheiße. Ey, den töt' ich jetzt noch. Den töt' ich noch. So, weg mit dir. Hat ja nur lange genug gedauert. Wie? Wie? Okay, wir haben das geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Es sah chaotisch aus, aber ich habe es geschafft. Ja. Ach, verdammt, Mann. Ich muss bei... Und hier ist der Schwung mit Slum. Er wartet da hinten. Ich konnte einfach ihn ignorieren, aber nee. Und wie viel Leben der hat, verdammte Scheiße. Nee, nee, nee. Ich muss aufpassen, was hier Knöpfe ich erdrücke. Komm, mach deine komische Move da. Okay, er macht das gleich wieder. Okay, jetzt kommt das wieder. Im Sigt-Bart ja irgendwie keine Angst gegen ihn zu sterben oder so. Er ist auch irgendwie dämlicher als sein Kumpel. Kann das irgendwie sein? Ich habe eigentlich schon drei Balken von ihm abgezogen. Aber es liegt daran, dass ich ja sowieso ein bisschen gelevelt habe. Guter Sigmar. Guter Sigmar. Der ist besser als Malusia. Aber wenn ich jetzt sterbe... Oh, danke schön. Der ist echt gut, Sigmar. Der ist einfach simpel. Obwohl ich das auch Profi eingestellt habe. Hä, wie kann es sein, dass er so simpel ist? Ich habe gerade Eisattacken bei ihm gemacht. Okay. Es kann nicht sein, dass er so simpel ist. Es kann nicht sein. Es muss ein Fehler sein. Oder ab hier hatten sie keinen Bock mehr. Irgendwie den Gegner schwerer einzustellen. Okay, nur ein kleiner Schaden. Und wir haben es komplett gemacht. Elixierrezept brauche ich. Komponente A kann ich ablegen. Ach du Scheiße, Mann. Für einen Gegner, den ich früher gefürchtet habe, war ja voll easy. Oh. Okay. Ach ja, Axel ist ja kurz weg. Zu seiner Secret Mission. Ich weiß, welcher Mission das ist. Was ist los mit den Datterrosen? Schufe 15 mal 2. Okay. Tag 121. Kein besonderer Tag. Okay. Mann. Und nun gibt es mir irgendwas Neues noch. Sag mir, es wird einen Blick auf meine Warenkupo. Geht klar, Kupo. Und was hast du denn noch zu bieten? Furchtlos Mut. Ja, ist klar. Das habe ich noch nicht. Hole ich mir einfach mal. Okay. Reicht nicht genug Geld dafür oder... Schmieden? Elixier kann ich mir jetzt schmieden. Gut. Perfektes Blocken. Er fern mich nicht mit Blocktafeln. Spielen abgeschlossen. Okay. Dafür fehlt mir noch was. Block Konter. Da fehlt mir auch noch was. Du scheiße. Zu viel Block gibt es? Okay. Und... Tafeln. Wo ist das Blockding da? Wo ist Blocken? Okay. Was ist das? Verbindet mit Blocktafeln und deren Stufe? Ach ja, wenn wir gerade von Stufen reden. Aha. Erhöhlt. Äh... Wo ist dieses Blockding da? Was sie gibt? Perfektes Blocken. Wenn wir mit der Blocktafeln rückstuhst, vom Freund nicht angriffen wird vermieden, wenn du blockst. Ach so, okay. Okay. Und wir sind uns das nächste Mal, wenn ihr die anderen zwei Missionen machen. Also bis zu... Also bis gleich. Und wir sind uns das letzte Mal. Vielen Dank.